Mahlzeit Freunde hier sind wir wieder bei Stranded Deep und leider ja trotz tausendmalen Neuladen ist mein Boot weggepackt also ich habe kein Boot mehr jetzt nehme ich mir meine paar Sachen hier nehme ein Gyrocopter und fliege zu der Insel wo wir letztes Mal waren weil da gibt es relativ das ist das einzige was übergeblieben ist bei Kisten und die Tiere die drauf waren hier habe ich noch gefunden aber das Boot nicht mehr Trotz speichern ging da gar nichts jetzt müssen wir ein neues Boot basteln das ich jetzt auch nicht so schön finde jetzt fliegen wir zu der Insel wo wir als letztes Mal waren Gott sei Dank hatte ich eine Insel davor nicht gespeichert das war die linke Ja, ich habe heute relativ viel Benzin da durch, aber naja Da müssten wir die Winde sein, da hinten Ja, auch Da war man bloß nicht Aber ich brauche ein Boot Von der hinten kann man ja rüber gucken Dann sehen Wie weit sieht es aus, dass wir da schon mal Ja, was will denn in der lüften Ei von mir? Oder es war die da? Eine von den beiden Ich denke mal, es war die Da sieht meine Energie aus Na, geht nur Nein, es war die nicht, es war die da Ja, hier müssen wir auch nochmal drauf Hier sammeln wir unsere Metallbleche nochmal zusammen Das mache ich aber alles so Ich mache dieses Video erstmal genug für Das sind wir hier da hinten Als Ähm Ja Wo wir schon mal waren Ich hatte ja die Letzten zwei Videos nicht gespeichert Sind die natürlich weg Mache ich das da Und die Insel da hinten Ohne euch Und dann Gucken wir weiter Wird natürlich ein bisschen Dauernd ein bisschen Als so ein großes Boot Werden wir wahrscheinlich Nicht mehr machen Weil es Ich merke jetzt auch ohne Boot Es ist alles viel weniger leckt Also es ist jetzt nicht Gleich höchstens eine Truhe noch Aus Boot machen So vielleicht Dass wir unseren Parkschrauber Da landen drauf können Also rennt ein bisschen Größer wird es schon Als so zwei, drei Seiten Aber halt Nicht mehr so groß Das Naja Also es ist doch ein Haufen Arbeit Die dann einfach weg ist Ja ich war letztes Mal schon hier Weil ihr die Kiste da rumfliegen Fliegen seht Ich hatte geguckt Ob mein Boot vielleicht hier sei Aber nein Leider war es nicht hier Da hinten müssen wir noch drauf Mein Tagschrauber Ich brauche mir erstmal wie eine kleine Basis Nein da ist kurz mich ein bisschen Nein da ist mein Boot weg Nein da ist Das ist glaube ich Ihnen Klar Das ist nicht Nein es ist ja auch Nicht nur das Boot Es ist ja auch alles was ich drauf hatte Der Schlafsack Ist weg Also muss mir jetzt hier wieder Wieder eine Hütte bauen und Ach Die Hütte baue ich auch gleich hier mit hin Und genauso auf das Feuer Und alles Ja Bretter können wir auch gut die brauchen Dann geht's sagen Und jetzt Nein, das ist schon ein Schaum, dass dieses Bootleg ist, ich glaube, das Spiel will nicht, dass man das so groß macht, keine Ahnung. Natürlich ein falscher Geräusch. Oh, ich nicht. Brauch ich nicht, nehmen wir mit, wenn die nehmen wir so mit. Wahrscheinlich lag auch schon zu viel auf dem Boot drauf, dass das Spiel nicht hinterherkommt, das kann auch sein. Ah, ich habe mir schon mal ein bisschen da zurechtgelegt, dass ich hier nicht gleich und das brauche ich, jetzt muss ich warten. Zwei Steine. Ah, hier ist natürlich nicht, weil es gibt hier genug. Und dann basteln wir unser Boot hier zusammen. Schau, wo kommt der? Nehmen wir mal mit. Ich werde den irgendwie vergessen. Ich meine, es kann ja wieder passieren, dass wir das Boot verlieren. irgendwie. Ich hoffe, es war nicht, aber ihr wisst ja, wie es ist. Dein Nachtmänner und totmänner und dein Boot ist weg. Dein Nachtmänner und totmänner und dein Boot ist weg. Oh, jetzt haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Brett aus. Folies. Folie brauchen wir nicht. Seine. Mhm. So, dann fangen wir erstmal wieder da hinten hin. Da. Ja, ich habe gedacht, es ist ja eigentlich auch nichts passiert. Es ist es ja. Es ist ja einfach nur weggewählt. Es ist ja das Schlimme. Daumen wollen meine Speicherabstände natürlich wieder ein bisschen größer und, naja, ihr wisst ja, wie es dann ausgeht. Die Speicherstände werden größer, brauchen wir je nicht. Sobald die Speicherstände größer werden, ja, muss ja was kommen, ne. So kann man nicht sagen, es läuft die ganze Zeit einfach wie wir. Naja, ok, nehmen wir noch mit. Das sind alles Waffen, die wir verwenden können, um irgendwann mal, falls wir die mal finden, die Endposse zu vernichten. Lampen brauchen wir auch nicht mehr. Viel brauchen wir ja nicht mehr, das ist ja, das ist meine Kiste. Ja, ok, Leder nehmen wir noch mit, Panzertät haben wir auch noch hier. Ich habe hier noch hier, na klar, das ist besser. Die Batterie und das und rein damit. Ich weiß nicht, das ist ja so. Ey, sie ist halt, schau dir. Okay. Was ist denn das Boot hier? Ne, man trotzdem mit. Lampen müssen wir jetzt nicht extra mitnehmen. Lass mich raten, ich habe jetzt kein... Sei mit. War hier nicht eins drin? Ja. So, noch wieder unser Boot anfangen zu bauen. Ja, wir müssen noch mit. Was sind hier? Was sind wir? 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 Ein Stück Boot. Ein Stück Boot. Naja. Nicht dolle. Nicht dolle. Teile doch einfach ganz normal hin. Wir brauchen jetzt On-Mass eine Seile. Äh, Seile, meine ich. Geile. Ah, mein schönes Boot ist weg. Das kotzt mich an. Und es war nicht wenig. Und jetzt los. Oh, duke. Und hier im Knast. Wohl. Ja, das eine müssen wir jetzt nochmal rausholen, aber... Dit... Wo bin ich? Wohl. Wohl. Du kommst mit Diese Krabben hier ne Wo bist du? Wenn man die Krabben hier ausgelöscht Wenn ich hier noch eine Krabbe sehe, die ist einfach muß Oh man Krabbe Ja, die Krabben haben auf dem Boot auch Die lagen da auch nebenbei, aber halt Nicht, was ich wirklich bräuchte Krabben kann ich wiederholen, Schlangen kann ich wiederholen, aber die waren da Alles, was ich wiederholen kann, war da, außer mein Boot Mehr Bretter Eigentlich so richtig Krabben, ne Hunde, alo, wehra Hunde, ne Krabbe Krabbe Ihr reißt mich nicht mehr, Krabbe Ah Noch irgendwo eine hier Hm? Noch nicht alle fertig Oh je Das war wohl einer zu viel Hä? Das wollen wir eigentlich auch nicht mehr Oh, wo ist mein... Nicht damit Alles nicht hier Ein paar Kräppchen Mr. Krebses Mh, müsste reichen Mh, müsste reichen Mh, müsste reichen Ja, mach das bloß nicht aus dem 2-Jägen-Müll mit, ohhh Ja, mach das bloß nicht aus dem 2-Jägen-Müll mit, ohhh Ich brauche auf alle Fälle auf meiner Insel wieder Stecker, ne Ja Nur mal so zu ihm Und warum stehen wir ein? Ich hab dich gewarnt Ich hab dich gewarnt So, weiter geht's Tass mal auf, das Boot Schmeiß ich Ah, Mann, komm mal den Stein rein Ah Das Boot schmeiß ich da vorne in die Seine, da gut Hallo Es ist ein Stück reif nur, komm Upsa, mein Controller ist leer Ich hab ja auch keinen was ich sag hier Ja, mach verbinden, danke Als ob ich das große Floß bewege, ne Was soll ich denn auf diesen Feilkopf losglittern? Ja, ja, ich weiß, mein Essen ist halt nicht T So skii mal das hier bisschen ja hoch, so Das sie es nicht gleich weg treibt Das hat ja noch keinen Anker, das hat ja gar nichts So, jetzt müssen wir uns erstmal wieder auf das Boot wahren und vergessen meine ganzen Seine mitzunehmen. Aber okay, jetzt kommen wir einfach nicht wo jeden Kugeln hier. Oh, hier müssen wir auch noch mal ein Astrohäusen. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das brauchen wir nicht mehr, da haben wir schon genug. Können wir mitnehmen? Natürlich nicht. Ja. 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 Die, die dir hier redet. Das war schon ein wenig knapp, würde ich jetzt mal sagen. Aber nur ein wenig. Natürlich fängt es wieder nicht an zu weg. Nimm mal wieder. Wir sind da. Was haben wir denn jetzt hier mit ihm gebracht? Kanister Wasser. Und mein Kanister ist hier. Das kann da hin. Wir hatten auch noch Stoff. Lampe, 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 Lampe. Lampen zum Verschöneren. Unseres Zuhause. Bin schwer. Hahaha. Ja. Ich brauche. Nein. Ich brauche. Ich brauche. Ja. Batterien brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Ja. Ich weiß jetzt zwar nicht, was ich für das Flugzeug alles benötige, aber ich denke mal nicht, dass ich da zwölf Batterien brauche. Ja. Ich weiß jetzt nicht. Einerhalb wie ein letztes Mal, ne? Umklicken. Einmal schaffen wir, glaube ich, nicht mehr, ne? 1, 2, 3 Kugeln Das ist nicht der Licht oder Ping Ein Brett Zwei Brett Danke Schön Und haben wir noch ein bisschen mehr hier im Inventar, was ich eigentlich nicht mehr brauche ich erst mal nicht Ja, Futter können wir immer noch mal gebrauchen Brauche ich erst mal nicht, leider Cool Und dann gut gewachsen, hoffe ich jetzt mal Hier braucht man, ne brauchen wir nicht mehr Hier mit Hier, das auf alle Fälle, da sehen wir auch noch mal mit Da brauchen wir nicht herstellen, falls wir gegen die Monsters kämpfen Bei dem weiß ich jetzt auch nicht Doch mit dem habe ich da auch schon tausendfach Hier mit Hallo Hi, nehmen wir mit Brauchen wir nicht mehr Nehmen wir mit Nehmen wir mit Filter Teil, ne brauchen wir auch nicht Meine zwei Bojenkugeln nehmen wir mit Ah, ah, schon voll Schon voll Schon voll Ne, sind wir nur nicht Ich kann nur Hände frei Es ist auch manchmal ein Scheiß da drin, ne Ich hoffe das klappt bis oben hin Ist gerade Ebbe oder was? Ich komme schon, natürlich nicht, natürlich nicht Wer soll denn da im Weg sein? Da verstehe ich es aber hier nicht Wenn ich das hier mache, ist es kacke Ah, meine ich es ist Nein Ah Komm rein hier Stein Stein Ungefähr Ungefähr Da können wir es dran machen Da können wir es nicht dran machen Da können wir es nicht dran machen Das müssen wir auch nicht dran machen Auch nicht Auch nicht Ich hoffe jetzt, dass wir die Reifen da irgendwo drin triebeln können Ähm, das haben wir hier noch Ja, Blech Blech, Blech, Blech Brauchen wir nicht Lässe ich jetzt hier trotzdem liegen, aber Brauchen wir nicht Blech Ja, dann schmeißen wir jetzt auch mal hierher, ne Ja, das sind vier Speere, die wir nicht bestellen müssen, ne Das ist leer Die ist nicht leer, die ist leer Da ist drinnen, da drinnen Hier Da ist drinnen Wir raten, da ist drinnen Hier Da ist drinnen Hier Klebeband haben wir sehr selten, also nehmen wir das lieber mit Hier raus können wir was Neues bestellen Irgendwas mache ich, irgendwann Irgendwann Ich habe Durst Ini Hier will ich ja mehr Seiler eigentlich Ist dann könnt ihr die auch einfach zusammen ja na gut leute somit zu meinem kleinen bootbau mal wieder ich melde mich wenn es wieder fertig wenn es fertig sein sollte und einmal ich werde die insel hier erstmal komplett wieder ausräumen und speichern natürlich dann werden wir wahrscheinlich normal zu der insel da fahren da war nämlich auch wenn denn noch mal zwei also zwei unterböden die werde ich nämlich auch noch mitnehmen und ja und zu der insel werde ich auch noch mal Gurken denn da alles auseinander nehmen und zusammen auseinander pflücken also leute somit macht's gut bis zum nächsten mal